Dieses Zimmer ist zu vermieten. Dieses Zimmer ist zu vermieten. Dieses Zimmer ist zu vermieten. Ich glaube, es ist riskant. Ich glaube, es ist riskant. Hier, ich zeige es dir. 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 Wie läuft es zu Hause? 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 Das Feuer brennt. Das Feuer brennt. Das Feuer brennt. Es ist ein schöner Tag. Es ist ein schöner Tag. Es ist ein schöner Tag. Frau Green hat mir Englisch beigebracht. Frau Green hat mir Englisch beigebracht. Frau Green hat mir Englisch beigebracht. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Das wird reichen. Das wird reichen. Das wird reichen. Das ist seine Spezialität. Das ist seine Spezialität. Das ist seine Spezialität. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Wem gehört der Bleistift? Whose pencil is this? Sie gehen in die falsche Richtung. Sie gehen in die falsche Richtung. You're going the wrong way. Was für ein Spaß! What fun! Wie aufregend! How exciting! Ich bereue es, geheiratet zu haben. Ich bereue es, geheiratet zu haben. Ich bereue es, geheiratet zu haben. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. You are looking sharp. Du siehst gut aus. Sie haben völlig unrecht. Sie haben völlig unrecht. Sie haben völlig unrecht. Sie haben völlig unrecht. Es ist wirklich bedauerlich. Es ist wirklich bedauerlich. Es ist wirklich bedauerlich. Es ist wirklich bedauerlich. Fisch, bitte. Fisch, bitte. Fisch, bitte. Fisch, bitte. Es war toll. Es war toll. Es war toll. Es war toll. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist leichter gesagt als getan. Es ist leichter gesagt als getan. Das ist leichter gesagt als getan. Das wird Ihnen noch leid tun. Das wird Ihnen noch leid tun. You'll be sorry. Das wird Ihnen noch leid tun. Die Rechnung, bitte. Die Rechnung, bitte. Die Rechnung, bitte. Check, please. Die Rechnung, bitte. Das ist neu. It's new. Das ist neu. Das verstößt gegen das Gesetz. Das verstößt gegen das Gesetz. It's against the law. Das verstößt gegen das Gesetz. Doch es ist wahr. Doch, es ist wahr. It's true. Doch, es ist wahr. Ist es deins? Ist es deins? Ist es deins? Is it yours? Ist es deins? Die Bremse funktionierte nicht mehr. Die Bremse funktionierte nicht mehr. Die Bremse funktionierte nicht mehr. Wann wurde das Auto gewaschen? Wann wurde das Auto gewaschen? Wann wurde das Auto gewaschen? Es ist unerträglich. Es ist unerträglich. Es ist unerträglich. Es regnet kaum. 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 Wie ist es dir ergangen? Wie ist es dir ergangen? Wie ist es dir ergangen? Ich schaffe das schon. Ich schaffe das schon. Ich schaffe das schon. Ich fühle mich jetzt gut. Ich fühle mich jetzt gut. Was ist hier los? 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 Ist ihr Job interessant? Ich bin krank geworden. Ich bin krank geworden. Ich bin krank geworden. Ich bin krank geworden. Wann sind sie nach Hause gegangen? Wann sind sie nach Hause gegangen? Wann sind sie nach Hause gegangen? Magst du es? Magst du es? Magst du es? Magst du es? Das macht doch keinen Unterschied. Ich bin krank geworden. Das macht doch keinen Unterschied. Ich mochte sie nicht. Ich mochte sie nicht. Ich mochte sie nicht. Ich mochte sie nicht. Wie geht es allen? Wie geht es allen? Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Rufen Sie einen Krankenwagen. Call an ambulance. Diese Trauben sind reif. Diese Trauben sind reif. Diese Trauben sind reif. Diese Trauben sind reif. Wo ist das Problem? 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 Was würde passieren? Was würde passieren? What would happen? Was würde passieren? Meine Augen sind klein. Meine Augen sind klein. Meine Augen sind klein. Das glaube ich nicht. I don't think so. Das glaube ich nicht. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Be careful. Sei vorsichtig. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. I feel tired. Ich bin müde. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Ich trinke nie. Ich trinke nie. I never drink. Ich trinke nie. Ich möchte eine Gitarre. Ich möchte eine Gitarre. I want a guitar. Sehen Sie sich um. Sehen Sie sich um. Sehen Sie sich um. Sehen Sie sich um. Look about you. Sehen Sie sich um. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Me too. Ich auch. Ich erhebe Einspruch. Ich erhebe Einspruch. Ich erhebe Einspruch. Ich erhebe Einspruch. Lass mich allein gehen. Let me go alone. Lass mich allein gehen. Wie war dein Tag? How was your day? Wie war dein Tag? Was wollen Sie? Was wollen Sie? Was wollen Sie? What do you want? Was wollen Sie? Nein, nichts. Nein, nichts. Nein, nichts. Never mind. Nein, nichts. Es macht Spaß mit ihm zusammen zu sein. Es macht Spaß mit ihm zusammen zu sein. Es macht Spaß mit ihm zusammen zu sein. He's fun to be around. Es macht Spaß mit ihm zusammen zu sein. Da bin ich ganz anderer Meinung. I disagree completely. Da bin ich ganz anderer Meinung. Das ist meine Schule. Das ist meine Schule. Morgen beginnt die Schule. School begins tomorrow. Bleib hier bei uns. Bleib hier bei uns. Bleib hier bei uns. Stay here with us. Bleib hier bei uns. Sie will Mathematik studieren. Sie will Mathematik studieren. She wants to study Mathematics. Sie will Mathematik studieren. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. It's no bother. Das ist kein Problem. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Get him. Schnapp ihn dir. Lass mich mit dir tanzen. Lass mich mit dir tanzen. Lass mich mit dir tanzen. Let me dance with you. Lass mich mit dir tanzen. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Ihre Frau ist sehr charmant. 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 Aufgepasst. Was lernst du? Was lernst du? Was lernst du? Ich kann nicht aufhören zu lachen. Ich kann nicht aufhören zu lachen. I can't stop laughing. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ihr Plan klingt toll. Your plan klingt toll. Ihr Plan klingt toll. Ich kann nicht anders als zu weinen. Ich kann nicht anders als zu weinen. Ich kann nicht anders als zu weinen. Pass auf! Look out! Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich bin wirklich gerührt. Ich bin wirklich gerührt. I'm really touched. Sie ist in Schwierigkeiten. Sie ist in Schwierigkeiten. Sie ist in Schwierigkeiten. Sie ist in Schwierigkeiten. Das versteht sich von selbst. 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 Wir waren zuerst da. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Die Rechnung bitte. Die Rechnung bitte. Die Rechnung bitte. Es war so ein Schock. Es war so ein Schock. Es war so ein Schock. Physisch unmöglich. Physically impossible. Mein Herz klopft. Mein Herz klopft. Lassen Sie mich nicht im Stich. Lassen Sie mich nicht im Stich. Lassen Sie mich nicht im Stich. Bleiben Sie ruhig sitzen. Sit tight. In diesem Fluss gibt es viele Fische. In diesem Fluss gibt es viele Fische. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ich züchte Rinder. Ich züchte Rinder. Ich züchte Rinder. Bleib bei mir. Abide with me. Bleib bei mir. Was schlägst du vor? Was schlägst du vor? Was schlägst du vor? Was schlägst du vor? Lesen Sie sich den Artikel durch. Lesen Sie sich den Artikel durch. Lesen Sie sich den Artikel durch. Sein Gesicht wurde sehr lebhaft. Sein Gesicht wurde sehr lebhaft. Sein Gesicht wurde sehr lebhaft. Bitte öffnen Sie die Tür. Bitte öffnen Sie die Tür. Sie sind einmalig. Sie sind einmalig. Sie sind einmalig. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Mary war Tom gegenüber sehr abweisend. Mary war Tom gegenüber sehr abweisend. Sie sind mein Vater und meine Mutter. Sie sind mein Vater und meine Mutter. Sie sind mein Vater und meine Mutter. Brot wird aus Mehl gemacht. Bread is made from flour. Brot wird aus Mehl gemacht. Das macht nichts. Das macht nichts. Es ist nicht das, was ich erwartete. Es ist nicht das, was ich erwartete. Es ist nicht das, was ich erwartete. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Hier ist mein Fahrrad. Hier ist mein Fahrrad. Hier ist mein Fahrrad. Kann die Nachricht stimmen? Kann die Nachricht stimmen? Kann die Nachricht stimmen? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Ich glaube nicht, dass sie das werde. Ich glaube nicht, dass sie das werde. Ihre Schuhe sind wunderschön. Ihre Schuhe sind wunderschön. Ihre Schuhe sind wunderschön. Es geht nicht. Es geht nicht. Er hat in dieser Angelegenheit gelogen. 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 Hilf mir, diesen Stein zu bewegen. Teilen wir es uns. Let's split it. Wie können Sie es wagen? Wie können Sie es wagen? Wie können Sie es wagen? Wie geht es Ihrer Frau? Wie geht es Ihrer Frau? Wie geht es Ihrer Frau? Darf ich das benutzen? Darf ich das benutzen? May I use this? Darf ich das benutzen? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Vielleicht kommt Alice noch. Alice may possibly come. Vielleicht kommt Alice noch. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Ich bezweifle es. I doubt it. Wer ist abwesend? Wer ist abwesend? Who is absent? Es ist niemand gekommen. Nobody came. Es ist niemand gekommen. Beeilen Sie sich. Hurry up! Beeilen Sie sich. Mike singt gut. Mike singt gut. Mike singt gut. Mike singt gut. Hast du etwas auf dem Herzen? Hast du etwas auf dem Herzen? Sie müssen trainieren. Sie müssen trainieren. Sie müssen trainieren. Ich bin nicht in der Stimmung. Ich bin nicht in der Stimmung. Ich bin nicht in der Stimmung. I'm not in the mood. Ich bin nicht in der Stimmung. Ich bin nicht in der Stimmung. Ich bin nicht in der Stimmung. Du fängst an. Sie hatte eine schlimme Erkältung. Sie hatte eine schlimme Erkältung. Sie hatte eine schlimme Erkältung. Unsere Prüfung war lang. Unsere Prüfung war lang. Unsere Prüfung war lang. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich vermissen. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Das Essen ist köstlich. Das Essen ist köstlich. Das Essen ist köstlich. Ich will noch viel mehr. 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 Sie können später fragen. 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 Wo wohnen Sie denn? Wo wohnen Sie denn? Könnte ich Ihr Auto ausleihen? Könnte ich Ihr Auto ausleihen? Könnte ich Ihr Auto ausleihen? Die Aussicht ist toll. 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 Dieses Buch wird hier verkauft. 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 Du meine Güte. Good grief. Du meine Güte. Heben Sie die rechte Hand. Heben Sie die rechte Hand. Heben Sie die rechte Hand. War Ken gestern zu Hause? War Ken gestern zu Hause? Was Ken at home yesterday? War Ken gestern zu Hause? Hattest du heute Spaß? Hattest du heute Spaß? Hattest du heute Spaß? Did you have fun today? Hattest du heute Spaß? Es ist nichts passiert. Nothing happened. Es ist nichts passiert. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ich nehme an, ja. Ich nehme an, ja. I suppose so. Ich nehme an, ja. Lesen Sie regelmäßig? Lesen Sie regelmäßig? Lesen Sie regelmäßig? Do you read regularly? Lesen Sie regelmäßig? Ich liebe dich. Kannst du es nicht tun? Can't you do it? Kannst du es nicht tun? Tony hat eine schöne Stimme. Tony has a nice voice. Mach schon. Go ahead. Ich bin zu beschäftigt. Erkältungen sind in diesem Winter weit verbreitet. Erkältungen sind in diesem Winter weit verbreitet. Erkältungen sind in diesem Winter weit verbreitet. Das ist ein häufiger Fehler. Das ist ein häufiger Fehler. It's a common mistake. Bitte beeilen Sie sich. Please hurry. Bitte beeilen Sie sich. Ich gehe jetzt. I'm leaving. Ich gehe jetzt. Erzählen Sie mir davon. Erzählen Sie mir davon. Erzählen Sie mir davon. Sie machen wohl Witze. Sie machen wohl Witze. Sie machen wohl Witze. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Bringen Sie das bitte in Ordnung. Bringen Sie das bitte in Ordnung. Bringen Sie das bitte in Ordnung. Bedauerst du es? Bedauerst du es? Bedauerst du es? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. It won't work. Das klappt nicht. Diese Frage ist nicht einfach. Diese Frage ist nicht einfach. Diese Frage ist nicht einfach. Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. You are right. Du hast recht. Wie bewegend. Wie bewegend. Sie kann es nicht tragen. Sie kann es nicht tragen. Sie kann es nicht tragen. Ich werde sie behandeln. 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 Es ist ein Versuch wert. Es ist ein Versuch wert. Es ist ein Versuch wert. Kellner, drei Kaffee bitte. Kellner, drei Kaffee bitte. Kellner, drei Kaffee bitte. Sie hat die Kinder unterhalten. Sie hat die Kinder unterhalten. Sie hat die Kinder unterhalten. Alle sind mit dir einer Meinung. Alle sind mit dir einer Meinung. Alle sind mit dir einer Meinung. War schön, dich zu sehen. War schön, dich zu sehen. Bist du glücklich? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Alles wird gut werden. Alles wird gut werden. Alles wird gut werden. Ich meine es nicht so. Ich meine es nicht so. Ich meine es nicht so. Bob wurde Ingenieur. Bob wurde Ingenieur. Bob wurde Ingenieur. Sie haben scharfe Augen. Sie haben scharfe Augen. Sie haben scharfe Augen. Es war eine anregende Diskussion. Es war eine anregende Diskussion. Er ist auf dem Weg. 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 Darf ich Ihren Stift benutzen? May I use your pen? Das ist genau meine eigene Idee. Das ist genau meine eigene Idee. That's exactly my own idea. Wann bist du aufgestanden? When did you get up? Wann bist du aufgestanden? Amüsier dich gut! Amüsier dich gut! Have a good time! Wie meinen Sie das? Wie meinen Sie das? I beg your pardon? Wie meinen Sie das? Ich bin so glücklich! Ich bin so glücklich! Ich bin so glücklich! I'm so happy! Ich bin so glücklich! Der Plan ist gescheitert! Der Plan ist gescheitert! Der Plan ist gescheitert! The plan has broken down! Der Plan ist gescheitert! Wie groß? Ich bin so glücklich! Wie groß! Wie groß! Wie groß! How big? Wie groß! Freut mich, Sie wiederzusehen! Freut mich, Sie wiederzusehen! Freut mich, Sie wiederzusehen! Pleased to meet you again! Freut mich, Sie wiederzusehen! Wie hübsch, du bist! How pretty you are! Wie hübsch, du bist! Wie geht's? How are things going? Wie geht's? Dieser Schläger gehört mir! This racket belongs to me! Dieser Schläger gehört mir! Lebst du allein? Lebst du allein? Lebst du allein? Do you live alone? Lebst du allein? Stell dich nicht gegen deinen Vater! Stell dich nicht gegen deinen Vater! Don't go against your father! Stell dich nicht gegen deinen Vater! Ich leite die Qualitätskontrolle! Ich leite die Qualitätskontrolle! Ich leite die Qualitätskontrolle! Das ist eine schlechte Idee! Das ist eine schlechte Idee! Das ist eine schlechte Idee! It's a bad idea! Das ist eine schlechte Idee! Das alles für nichts! Das alles für nichts! Das alles für nichts! Du siehst gelangweilt aus! Du siehst gelangweilt aus! Du siehst gelangweilt aus! Der Vortrag fesselte die Zuhörer! 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 Soweit, so gut! Soweit, so gut! So far, so good! Soweit, so gut! Geben Sie nicht auf! Geben Sie nicht auf! Geben Sie nicht auf! Don't give up! Geben Sie nicht auf! Ich fürchte ja! Ich fürchte ja! Ich fürchte ja! Afraid so! Ich fürchte ja! Der Zug war überfüllt! Der Zug war überfüllt! Der Zug war überfüllt! Der Zug war überfüllt! Wie geht es Mary? 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 Sie sehen glücklich aus! Sie sehen glücklich aus! Sie sehen glücklich aus! Sie sehen glücklich aus! You look happy! Sie sehen glücklich aus! Wann hast du frei? Wann hast du frei? Konnten Sie mir helfen? Could you help me out? Ich bin so gerührt. I'm so touched. Sie haben sich gestritten. Sie haben sich gestritten. Sie haben sich gestritten. They quarreled. Sie haben sich gestritten. Die Ärzte haben ein schwieriges Problem. Die Ärzte haben ein schwieriges Problem. Die Ärzte haben ein schwieriges Problem. Ich brenne darauf, dich zu sehen. Ich brenne darauf, dich zu sehen. Ich brenne darauf, dich zu sehen. Gitarre spielen macht Spaß. Gitarre spielen macht Spaß. Gitarre spielen macht Spaß. Playing the guitar is fun. Gitarre spielen macht Spaß. Wo ist der Briefkasten? Wo ist der Briefkasten? Wo ist der Briefkasten? Das Buch sieht interessant aus. Das Buch sieht interessant aus. Das Buch sieht interessant aus. Wem gehört das? Wem gehört das? Wem gehört das? Reißen Sie sich zusammen. Reißen Sie sich zusammen. Pull yourself together. Reißen Sie sich zusammen. Du bist so klug. Du bist so klug. You are so smart. Du bist so klug. Drehen Sie das Gas ab. Drehen Sie das Gas ab. Turn off the gas. Sehen Sie sich das Gebäude an. 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 Du bist so schlau. You are so smart. Du bist wirklich begabt. Du bist wirklich begabt. Du bist wirklich begabt. Es dient unserem Zweck. Es dient unserem Zweck. Wir haben uns über Politik gestritten. 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 Dieses Problem ist mir zu hoch. Dieses Problem ist mir zu hoch. Dieses Problem ist mir zu hoch. Ich werde Ihren Rat befolgen. Ich werde Ihren Rat befolgen. Ich werde Ihren Rat befolgen. Wird das reichen? Will this do? Ich bin jetzt müde. I'm tired now. Ich bin jetzt müde. Wie spät ist das jetzt? What time is it now? Wie wär's mit einem gemeinsamen Abendessen? Wie wär's mit einem gemeinsamen Abendessen? How about having dinner together? Wie wär's mit einem gemeinsamen Abendessen? Fangen wir mit dieser Frage an. Let's begin with that question. Kann ich jetzt gehen? Kann ich jetzt gehen? Can I leave now? Kann ich jetzt gehen? Das versteht sich von selbst. Das versteht sich von selbst. It goes without saying. Das versteht sich von selbst. Nach ihnen. Nach ihnen. Nach ihnen. Nach ihnen. Nach ihnen. Ich bin durstig. Ich bin durstig. Ich bin durstig. Ich fühle mich wirklich niedergeschlagen. Ich fühle mich wirklich niedergeschlagen. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Ich war hungrig. Ich war hungrig. Ich genieße das wirklich. Ich genieße das wirklich. Ich genieße das wirklich. Danach ging er nach Hause. 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 Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Das ist doch klar. 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 Ich friere. Ich friere. Ich friere. Ich friere. Ich bin ganz ihrer Meinung. Ich bin ganz ihrer Meinung. Ich bin ganz ihrer Meinung. Ich habe meinen Bleistift verloren. Ich habe meinen Bleistift verloren. Ich habe meinen Bleistift verloren. Ich muss los. Ich muss los. Ich muss los. es scheint in Ordnung zu sein. Es scheint in Ordnung zu sein. Es scheint in Ordnung zu sein. Es wird Zeit zu gehen. Es wird Zeit zu gehen. Es wird Zeit zu gehen. Das Projekt ist im Gange. Das Projekt ist im Gange. Das Projekt ist im Gange. Wie viel wiegen Sie? Wie viel wiegen Sie? Es schmeckt alles sehr gut. Es schmeckt alles sehr gut. Es schmeckt alles sehr gut. Everything tastes great. Es schmeckt alles sehr gut. Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich fühle mich geschmeichelt. Wie viel? Wie viel? Wie viel? How much? Es hat keine Eile. Es hat keine Eile. Es hat keine Eile. Es hat keine Eile. Bleiben Sie in Kontakt mit mir. Bleiben Sie in Kontakt mit mir. Begleiter sind willkommen. Begleiter sind willkommen. Begleiter sind willkommen. Du verstehst das alles falsch. Du verstehst das alles falsch. Du verstehst das alles falsch. You've got it all wrong. Du verstehst das alles falsch. Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Einige Patienten schienen fast normal zu sein. Einige Patienten schienen fast normal zu sein. Einige Patienten schienen fast normal zu sein. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wer fährt denn? 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 Lehren heißt lernen. Teaching is learning. Lehren heißt lernen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Don't move. Bleib stehen. Nur eine Minute. Nur eine Minute. Nur eine Minute. Nur eine Minute. Just a minute. Nur eine Minute. Ihr Englisch ist perfekt. Ihr Englisch ist perfekt. Ihr Englisch ist perfekt. Ihr Englisch ist perfekt. Bitte bestätigen Sie. Bitte bestätigen Sie. Bitte bestätigen Sie. Bitte bestätigen Sie. Diese Uhr ist stoßsicher. Diese Uhr ist stoßsicher. Das ist wirklich überraschend. Das ist wirklich überraschend. Das ist wirklich überraschend. Viel Spaß! Viel Spaß! Lasst uns Volleyball spielen! Lasst uns Volleyball spielen! Lasst uns Volleyball spielen! Let's play Volleyball! Lasst uns Volleyball spielen! Die Blumen gehen auf. Die Blumen gehen auf. Die Blumen gehen auf. Der Himmel hat sich bewölkt. Der Himmel hat sich bewölkt. Der Himmel hat sich bewölkt. Bitte finde mir meinen Mantel. Bitte finde mir meinen Mantel. Ich bin normalerweise ausdruckslos. Ich bin normalerweise ausdruckslos. Ich bin normalerweise ausdruckslos. Sie sollten sich entschuldigen. Sie sollten sich entschuldigen. Sie sollten sich entschuldigen. Sie sollten sich entschuldigen. Ich wüsste nicht, warum nicht. Ich wüsste nicht, warum nicht. Ich wüsste nicht, warum nicht. Er ist reich geworden. Er ist reich geworden. Er ist reich geworden. Ich könnte nicht glücklicher sein. 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 Übertreibs nicht. Don't overdo it. Übertreibs nicht. Wie soll das werden? Wie soll das werden? Wie soll das werden? Wie soll das werden? Sprechen wir Englisch? Sprechen wir Englisch? Let's speak English. Die meisten Studenten lernen fleißig. Most students study hard. Bitte zeigen Sie mir Ihre Tasche. 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 Schließen Sie die Tür, bitte. Schließen Sie die Tür, bitte. Schließen Sie die Tür, bitte. Close the door, please. Schließen Sie die Tür, bitte. Was ist Ihre Meinung? Was ist Ihre Meinung? Was ist Ihre Meinung? What's your opinion? Was ist Ihre Meinung? Du hast mich erschreckt. Du hast mich erschreckt. Du hast mich erschreckt. Du hast mich erschreckt. Die Geschichte war sehr interessant. Die Geschichte war sehr interessant. The story was very interesting. Nicht so schnell. Slow down. Komm jederzeit vorbei. Drop by anytime. Mary hat eine soziale Ader. Mary hat eine soziale Ader. Mary hat eine soziale Ader. Bitte fahren Sie vorsichtig. Bitte fahren Sie vorsichtig. Bitte fahren Sie vorsichtig. Bitte fahren Sie vorsichtig. Ich bin ernsthaft beunruhigt. Ich bin ernsthaft beunruhigt. Ich bin ernsthaft beunruhigt. Es ist lustig. 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 Ich fühle mich viel besser. 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 Wen kümmert's? Wen kümmert's? Wen kümmert's? Who cares? Wen kümmert's? Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich bin immer sehr nervös. Ich bin immer sehr nervös. Nicht schlecht. Du bist dran. It's your turn. Du liegst falsch. Du liegst falsch. Du liegst falsch. You are wrong. Du liegst falsch. Mir ist kalt. Mir ist kalt. I feel cold. Mir ist kalt. Brillant. Bist du erschöpft? Bist du erschöpft? Bist du erschöpft? Nimm diese Medizin zwischen den Mahlzeiten. 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 Ich bin daran gewöhnt. Ich bin daran gewöhnt. Ich bin daran gewöhnt. Haustiere sind nicht erlaubt. Haustiere sind nicht erlaubt. No pets allowed. Haustiere sind nicht erlaubt. Er ist wütend. Er ist wütend. Er ist wütend. Oh, tut mir leid. Oh, tut mir leid. Oh, tut mir leid. Oh, I'm sorry. Oh, tut mir leid. Sind Sie nicht müde? Are you not tired? Sind Sie nicht müde? Ich bin dafür. I'm for it. Ich bin dafür. Wird in Kanada Englisch gesprochen? Wird in Kanada Englisch gesprochen? Is English spoken in Canada? Wird in Kanada Englisch gesprochen? Wer ist am Telefon, bitte? Wer ist am Telefon, bitte? Wer ist am Telefon, bitte? Who is calling, please? Wer ist am Telefon, bitte? Das ist eine tolle Neuigkeit. Das ist eine tolle Neuigkeit. That's great news. Das ist eine tolle Neuigkeit. Du bist mein Typ. Du bist mein Typ. You are my type. Du bist mein Typ. Die Temperatur ist um einige Grad gefallen. 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 Bitte vergewissern Sie sich. Bitte vergewissern Sie sich. Bitte vergewissern Sie sich. Bitte vergewissern Sie sich. Wie geht's Ihnen? 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 Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Any news? Gibt's was Neues? Rufen Sie mich jederzeit an. Rufen Sie mich jederzeit an. Rufen Sie mich jederzeit an. Call me anytime. Rufen Sie mich jederzeit an. Ich bin am verhungern. 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 Das erinnert mich daran. Das erinnert mich daran. Das erinnert mich daran. Sei nicht nervös. Don't be nervous. Mike hat den Raum betreten. Mike hat den Raum betreten. Ich bin gerade umgezogen. Ich bin gerade umgezogen. Ich bin gerade umgezogen. Die Stunde fällt morgen aus. Die Stunde fällt morgen aus. Die Stunde fällt morgen aus. Es ist gut gemacht. Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Ist alles in Ordnung mit dir? Ist alles in Ordnung mit dir? Ist alles in Ordnung mit dir? Können Sie diesen Stein anheben? Können Sie diesen Stein anheben? Können Sie diesen Stein anheben? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. 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 Ich glaube, Sie haben recht. 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 Ja und? So what? Ja und? Wie bitte? Rauchen Sie nicht? Rauchen Sie nicht? Don't you smoke? Der Arzt hat ihn zurückgerufen. Der Arzt hat ihn zurückgerufen. Der Arzt hat ihn zurückgerufen. The doctor called him back. Der Arzt hat ihn zurückgerufen. Bist du wach? Bist du wach? Bist du wach? Are you awake? Bist du wach? Der Unterricht beginnt um acht. 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 Das ist nicht meins. Das ist nicht meins. It isn't mine. Das ist nicht meins. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. I am proud of you. Ich bin stolz auf dich. Mach es aus. Mach es aus. Mach es aus. Er ist launisch. Er ist launisch. Er ist launisch. Er ist launisch. Du überraschst mich. You surprise me. Du überraschst mich. Na klar. Na klar. Na klar. Of course. Na klar. Ich habe großes Vertrauen in sie. Ich habe großes Vertrauen in sie. I strongly trust it. Ich habe großes Vertrauen in sie. Wie schade. Wie schade. Wie schade. What a pity! Wie schade! Mögen Sie glücklich sein! Mögen Sie glücklich sein! Mögen Sie glücklich sein! May you be happy! Mögen Sie glücklich sein! Du hast mich reingelegt! Du hast mich reingelegt! Du hast mich reingelegt! You set me up! Du hast mich reingelegt! Die gleiche Schicht am Dienstag! Die gleiche Schicht am Dienstag! Die gleiche Schicht am Dienstag! The same shift on Tuesday! Die gleiche Schicht am Dienstag! Es war die Mühe wert! Es war die Mühe wert! Es war die Mühe wert! It was worth the effort! Es war die Mühe wert! Ich bin bei bester Gesundheit! Ich bin bei bester Gesundheit! Ich bin bei bester Gesundheit! I'm in perfect health! Ich bin bei bester Gesundheit! Ich habe karies! Ich habe karies! Ich habe karies! I have cavities! Ich habe karies! Nur so! Nur so! Nur so! Just so-so! Nur so! Machen Sie weiter mit dieser Arbeit! Machen Sie weiter mit dieser Arbeit! Machen Sie weiter mit dieser Arbeit! Go ahead with this work! Machen Sie weiter mit dieser Arbeit! Du bist wunderschön! Du bist wunderschön! Du bist wunderschön! You are beautiful! Du bist wunderschön! Dieses Haus ist mein eigenes! Dieses Haus ist mein eigenes! Dieses Haus ist mein eigenes! This house is my own! Dieses Haus ist mein eigenes! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Das macht keinen Sinn! Das macht keinen Sinn! This makes no sense! Das macht keinen Sinn! Willkommen zu Hause! Willkommen zu Hause! Willkommen zu Hause! Willkommen zu Hause! Es regnet! Es regnet! Es regnet! Es regnet! It is raining! Es regnet! Kopf hoch! Kopf hoch! Kopf hoch! Cheer up! Kopf hoch! Kate hatte Mitleid mit ihm! Kate hatte Mitleid mit ihm! Nun fangen wir mit der Arbeit an! 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 Stimmt etwas nicht? Stimmt etwas nicht? Stimmt etwas nicht? Is anything wrong? Stimmt etwas nicht? Das ist es nicht wert! It's not worth it! Das ist es nicht wert! Hier ist ein Witz für Sie! 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 Das meine ich nicht! Das meine ich nicht! Das meine ich nicht! That's not what I mean! Das meine ich nicht! Ich bin deprimiert! Ich bin deprimiert! Ich bin deprimiert! Ich bin deprimiert! Ich würde gerne Skifahren gehen! 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 Du bist dran! Du bist dran! Du bist dran! It's your move! Du bist dran! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Ich bin fertig! I'm ready! Ich bin fertig! Kummer erfüllte mein Herz! Kummer erfüllte mein Herz! Kummer erfüllte mein Herz! Kummer erfüllte mein Herz. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Bremsen Sie nicht plötzlich. Bremsen Sie nicht plötzlich. Bremsen Sie nicht plötzlich. Es ist zu seltsam. Es ist zu seltsam. Das ist offensichtlich. Das ist offensichtlich. Das ist offensichtlich. It's obvious. Das ist offensichtlich. Wo sind die Schuhe? Wo sind die Schuhe? Wo sind die Schuhe? Wo sind die Schuhe? Ich habe wirklich eine Menge gelernt. Ich habe wirklich eine Menge gelernt. Ich habe wirklich eine Menge gelernt. Ich bin bald wieder da. Ich bin bald wieder da. I will be back soon. Ich bin bald wieder da. Ich habe hüftlanges Haar. Ich beginne zu verstehen. Ich habe hüftlanges Haar. Ich habe hüftlanges Haar. Ich habe hüftlanges Haar. Ist da ein Platz frei? Ist da ein Platz frei? Ist da ein Platz frei? Hör auf, mich zu kritisieren. Hör auf, mich zu kritisieren. Hör auf, mich zu kritisieren. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Die Toilette ist oben. Die Toilette ist oben. Die Toilette ist oben. Meine Haut bräunt leicht. Meine Haut bräunt leicht. Ich kann nicht mehr weiterlaufen. I can't walk any further. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. It's easy. Wir haben die Schlacht gewonnen. 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 Sie haben heute ein Lächeln auf den Lippen. 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 Es ist schon spät. Es ist schon spät. Es ist schon spät. Doch, das ist wahr. Doch, das ist wahr. That's true. Ich arbeite zu Hause. Ich arbeite zu Hause. Ich arbeite zu Hause. Wer sind diese Typen? Wer sind diese Typen? Wer sind diese Typen? Wer sind diese Typen? Seien sie nicht so kindisch. Seien sie nicht so kindisch. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr ertragen. I can't take it anymore. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich habe keinerlei Einwände. Ich habe keinerlei Einwände. Ich habe keinerlei Einwände. I see no objection whatever. Ich habe keinerlei Einwände. Meine Augenbrauen sind dick. Meine Augenbrauen sind dick. Meine Augenbrauen sind dick. Meine Augenbrauen sind dick. Halten Sie Ihre Hände sauber. 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 Ich habe meinen Job verloren. Ich habe meinen Job verloren. I lost my job. Ich habe meinen Job verloren. Die Besprechung zog sich hin. Die Besprechung zog sich hin. Bestimmt. Bestimmt. For sure. Bestimmt. Das ist gut möglich. That's quite possible. Das ist gut möglich. Helfen Sie mir mal. Helfen Sie mir mal. Give me a hand. Helfen Sie mir mal. Du scheinst immer so glücklich zu sein. You always seem so happy. Du scheinst immer so glücklich zu sein. Pizza ist mein Lieblingsessen. Pizza ist mein Lieblingsessen. Du bist ein Genie. Du bist ein Genie. You're a genius. Du bist ein Genie. Bleiben Sie nicht hier. Bleiben Sie nicht hier. Bleiben Sie nicht hier. Don't stay around here. Bleiben Sie nicht hier. Was ist los? Was ist los? Was ist los? What's up? Was ist los? Was soll ich tun? What shall I do? Was soll ich tun? Zu spät. Zu spät. Zu spät. Es gab zwei Stimmenthaltungen. Es gab zwei Stimmenthaltungen. Es gab zwei Stimmenthaltungen. There were two abstentions. Es gab zwei Stimmenthaltungen. Es tut mir leid. 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 Die Technologie hat unsere Kulturen differenziert. Die Technologie hat unsere Kulturen differenziert. Technology has differentiated our cultures. Die Technologie hat unsere Kulturen differenziert. Was gibt's Neues? What's new? Was gibt's Neues? Ich bin nicht zu sprechen. Ich bin nicht zu sprechen. I'm not available. Ich bin nicht zu sprechen. Ihre Hand fühlt sich kalt an. Ihre Hand fühlt sich kalt an. Your hand feels cold. Ihre Hand fühlt sich kalt an. Ich bin alleinstehend. Ich bin alleinstehend. I'm single. Ich bin alleinstehend. Erzählen Sie mir von Ihrem Ärger. Tell me about your trouble. Erzählen Sie mir von Ihrem Ärger. Ich bin single. Er hat eine Wahl gewonnen. 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 Warum haben Sie mir nicht geglaubt? Warum haben Sie mir nicht geglaubt? Warum haben Sie mir nicht geglaubt? Ich bin kurzsichtig. Ich bin kurzsichtig. Er ist kurzsichtig. I am nearsighted. Ich bin kurzsichtig. Ken hat sein Fahrrad weiß gestrichen. Ken hat sein Fahrrad weiß gestrichen. Für was? Für was? Für was? Für was? Seien Sie leise. Keep it quiet. Das Polarlicht war wirklich bemerkenswert. Das Polarlicht war wirklich bemerkenswert. The aurora was truly remarkable. Das Polarlicht war wirklich bemerkenswert. Sie haben mein Wort. Sie haben mein Wort. Sie haben mein Wort. Das ist wirklich beängstigend. Das ist wirklich beängstigend. Das ist wirklich beängstigend. That's really scary. Ich bin deutscher. Sie führt ein glückliches Leben. Sie führt ein glückliches Leben. Sie führt ein glückliches Leben. Ich vergebe Ihnen. Ich vergebe Ihnen. Ich vergebe Ihnen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich? Bob kann kochen. Bob kann kochen. Wem gehört diese Villa? Wem gehört diese Villa? Who owns this Villa? Wem gehört diese Villa? Ich spreche gut Englisch. Ich spreche gut Englisch. I speak English well. Ich spreche gut Englisch. Sie hätten früher kommen sollen. Sie hätten früher kommen sollen. You should have come earlier. Sie hätten früher kommen sollen. Was ist hier los? 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 Susis Haare sind sehr lang. Susis Haare sind sehr lang. Susis Haare sind sehr lang. Ja, das nehme ich an. Ja, das nehme ich an. Ja, das nehme ich an. Verstehen Sie mich nicht falsch? Don't get me wrong. Nimm dir, was du willst. Take whichever you want. Was für eine Enttäuschung. What a disappointment. Was für eine Enttäuschung. Meine Augenlider sind einfach gefaltet. Meine Augenlider sind einfach gefaltet. Meine Augenlider sind einfach gefaltet. Das ist eine gute Ausrede. That is a fine excuse. Das ist eine gute Ausrede. Das tut nichts zur Sache. That's beside the point. Passen Sie auf sich auf. Machst du wieder Witze? Fooling around again? Machst du wieder Witze? Ich liebe Ausflüge. Ich liebe Ausflüge. Ich liebe Ausflüge. Wir sind so stolz auf dich. Wir sind so stolz auf dich. Wir sind so stolz auf dich. Ich bin heute so zufrieden. Ich bin heute so zufrieden. Ich bin heute so zufrieden. Trinken Sie es aus. Drink it down. Trinken Sie es aus. Ja, das stimmt. That's right. Was empfiehlst du? Was empfiehlst du? Was empfiehlst du? What do you recommend? Was empfiehlst du? Das Fahrrad muss geölt werden. Das Fahrrad muss geölt werden. Wessen Buch ist das? Wessen Buch ist das? Wessen Buch ist das? Ich habe die Nase voll von ihm. Ich habe die Nase voll von ihm. Ich habe die Nase voll von ihm. Haben Sie sich amüsiert? Haben Sie sich amüsiert? Das Treffen fand gestern statt. Das Treffen fand gestern statt. Danke, das ist nett von Ihnen. Danke, das ist nett von Ihnen. Danke, das ist nett von Ihnen. Thanks, that's nice of you. Danke, das ist nett von Ihnen. Ich fürchte ja. Ich fürchte ja. I'm afraid so. Ich fürchte ja. Ich habe eine Hypothek für mein Haus aufgenommen. Ich habe eine Hypothek für mein Haus aufgenommen. Ich habe eine Hypothek für mein Haus aufgenommen. Wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf? Lieber später als nie. Lieber später als nie. Lieber später als nie. Better late than never. Lieber später als nie. Wer hat diese Bilder gemalt? 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 Tut mir leid, es hat nicht geklappt. Sorry, it didn't work out. Tut mir leid, es hat nicht geklappt. Lass ihn da stehen. Leave it there. Lass ihn da stehen. Das ist besser als nichts. It's better than nothing. Das ist besser als nichts. Was hast du geantwortet? Was hast du geantwortet? Was hast du geantwortet? Er sieht blass aus. Er sieht blass aus. Er sieht blass aus. Er sieht blass aus. Ich habe dich ewig nicht gesehen. Ich habe dich ewig nicht gesehen. Haven't seen you for ages. Ich habe dich ewig nicht gesehen. Lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich Zeit. Take your time. Lassen Sie sich Zeit. Was für ein gutes Geschäft. 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 Wie enttäuscht ich war. How disappointed I was. Wie enttäuscht ich war. Sie ist so schlau. Sie ist so schlau. Es ist schon Mitternacht. Es ist schon Mitternacht. Es ist schon Mitternacht. Ich habe mich verirrt. I lost my way. Alles ist bereit. Everything is ready. Einige waren spät dran. Einige waren spät dran. Some were late. Einige waren spät dran. Du siehst heute Abend wunderschön aus. Du siehst heute Abend wunderschön aus. Du siehst heute Abend wunderschön aus. Lass mich drüber schlafen. Lass mich drüber schlafen. Let me sleep on it. Lass mich drüber schlafen. Ich treibe nur selten Sport. Ich treibe nur selten Sport. I seldom exercise. Ich treibe nur selten Sport. Das ist mein Cousin. Das ist mein Cousin. Das ist mein Cousin. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. I'm in need of money. Ich brauche Geld. Die Leitung ist besetzt. Die Leitung ist besetzt. Die Leitung ist besetzt. Die Leitung ist besetzt. Ist Ihr Job anspruchsvoll? Ist Ihr Job anspruchsvoll? Is your job challenging? Ist Ihr Job anspruchsvoll? Was soll ich tun? What should I do? Bob ist mein Freund. Bob ist mein Freund. Können Sie ein Geheimnis für sich behalten? Können Sie ein Geheimnis für sich behalten? Can you keep a secret? Können Sie ein Geheimnis für sich behalten? Ist schon in Ordnung? Ist schon in Ordnung? Ist schon in Ordnung? That's all right. Ist schon in Ordnung? Ich bin sehr schlank. Ich bin sehr schlank. I am very slim. Ich bin sehr schlank. Wer hat Ihnen das gesagt? Wer hat Ihnen das gesagt? Wer hat Ihnen das gesagt? Who told you that? Wer hat Ihnen das gesagt? Er ist ein kluger Junge. Er ist ein kluger Junge. Er ist ein kluger Junge. Der Architekt hat das Gebäude entworfen. Der Architekt hat das Gebäude entworfen. Der Architekt hat das Gebäude entworfen. Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Ich brauche wirklich ihren Ratschlag. Ich brauche wirklich ihren Ratschlag. Er wird leicht wütend. Er wird leicht wütend. Er wird leicht wütend. He easily gets angry. Er wird leicht wütend. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Wie tief? Wie tief? Wie tief? Das Auto hatte eine Panne. Das Auto hatte eine Panne. Das Auto hatte eine Panne. Er ist sehr ungeduldig. Er ist sehr ungeduldig. Er ist sehr ungeduldig. Er ist sehr ungeduldig. Es ist so langweilig. Es ist so langweilig. Hervorragende Leistung. Hervorragende Leistung. Was ist der Job? Was ist der Job? Was ist der Job? Mutter hat das Baby gebadet. 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 Lass uns ein Taxi nehmen. 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 Meine Arme sind fleischig. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. I'll be seeing you. Wir sehen uns dann. Ich habe viele Freunde. I have lots of friends. Behalte diese Regeln im Hinterkopf. Bear these rules in mind. Behalte diese Regeln im Hinterkopf. Ich könnte nicht mehr zustimmen. I couldn't agree more. Weißt du, was ich meine? 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 Deutschland grenzt an Frankreich. Deutschland grenzt an Frankreich. Deutschland grenzt an Frankreich. Germany borders on France. Deutschland grenzt an Frankreich. Ich werde leicht nervös. Ich werde leicht nervös. Ich werde leicht nervös. I get nervous easily. Ich werde leicht nervös. Was für schöne Blumen. Was für schöne Blumen. Was für schöne Blumen. What pretty flowers. Was für schöne Blumen. Dieses Wasser ist keimfrei. Dieses Wasser ist keimfrei. This water is sterilized. Dieses Wasser ist keimfrei. Ich hab's eilig. Ich hab's eilig. I'm in a hurry. Ich hab's eilig. Möchten Sie etwas? Möchten Sie etwas? Möchten Sie etwas? Do you want something? Möchten Sie etwas? Bringen Sie es zu mir. Bring it to me. Bringen Sie es zu mir. Tom schwimmt sehr schnell. Tom schwimmt sehr schnell. Tom schwimmt sehr schnell. Tom schwimmt sehr schnell. Zieh deinen Mantel an. Zieh deinen Mantel an. Put on your coat. Zieh deinen Mantel an. Was für ein schönes Bild. Was für ein schönes Bild. Was für ein schönes Bild. What a beautiful picture. Was für ein schönes Bild. Der Sommer ist da. Der Sommer ist da. Der Sommer ist da. Summer has come. Der Sommer ist da. Fallen Sie nicht darauf rein. Fallen Sie nicht darauf rein. Don't fall for it. Fallen Sie nicht darauf rein. Das gleiche gilt für Sie. Das gleiche gilt für Sie. Das gleiche gilt für Sie. Du bist so fleißig. Du bist so fleißig. You are so diligent. Du bist so fleißig. Ich kann's kaum erwarten. Ich kann's kaum erwarten. Ich kann's kaum erwarten. Sie sind sehr mutig. Sie sind sehr mutig. Sie sind sehr mutig. You are very brave. Sie sind sehr mutig. Das war fantastisch. Das war fantastisch. Das war fantastisch. Das war fantastisch. Jeder Einzelne zahlte 1000 Dollar. 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 Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Ruf mich morgen an. Ruf mich morgen an. Call me tomorrow. Ruf mich morgen an. Es ist notwendig. Es ist notwendig. Es ist notwendig. Es ist weiß. Es ist weiß. Es ist weiß. Es ist weiß. Tun Sie was. Do something. Tun Sie was. Tun Sie was. Bitte antworten Sie. Bitte antworten Sie. Bitte antworten Sie. Bitte antworten Sie. Das Kind bekommt jetzt Zähne. Das Kind bekommt jetzt Zähne. Das Kind bekommt jetzt Zähne. This child is teething now. Das Kind bekommt jetzt Zähne. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Schafe versorgen uns mit Wolle. Schafe versorgen uns mit Wolle. Tom ist abwesend. Tom is absent. Ich fühle mich energiegeladen. Ich fühle mich energiegeladen. Sie haben absolut recht. Sie haben absolut recht. Sie haben absolut recht. Sie haben absolut recht. Das ist eine sehr heikle Frage. 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 Sie hat sich ihren Respekt verdient. Sie hat sich ihren Respekt verdient. Sie hat sich ihren Respekt verdient. Sobald wie möglich. Sobald wie möglich. Sobald wie möglich. Sobald wie möglich. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? What's your name? Wie heißt du denn? Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Willst du sie haben? Willst du sie haben? Do you want it? Do you want it? Willst du sie haben? Ich habe einen platten Reifen. Ich habe einen platten Reifen. I got a flat tire. Ich habe einen platten Reifen. Lesen Sie diese Passage. Read this passage. Lesen Sie diese Passage. Das ist ein guter Ansatz. Das ist ein guter Ansatz. Sie geben mir ein gutes Gefühl. Sie geben mir ein gutes Gefühl. You make me feel good. Sie geben mir ein gutes Gefühl. Wo warst du? Where were you? Wo warst du? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Mir geht's gut. Danke. Mir geht's gut. Danke. Mir geht's gut. Danke. I'm fine. Thank you. Mir geht's gut. Danke. Hör auf zu meckern. Hör auf zu meckern. Hör auf zu meckern. Stop grumbling. Hör auf zu meckern. Lassen Sie uns etwas ausprobieren. Lassen Sie uns etwas ausprobieren. Lassen Sie uns etwas ausprobieren. Seit wann? Seit wann? Seit wann? Since when? Seit wann? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Do you speak English? Do you speak English? Sprechen Sie Englisch? Das verstößt gegen die Regeln. Das verstößt gegen die Regeln. Das verstößt gegen die Regeln. It's against the rules. Das verstößt gegen die Regeln. Er ist sehr begeistert davon. Er ist sehr begeistert davon. He's very enthusiastic about it. Er ist sehr begeistert davon. Wo ist unser Auto? Where's our car? Wo ist unser Auto? Es klingt toll. Es klingt toll. Es klingt toll. It sounds great. Es klingt toll. Dein Geschenk hat mich zum Lachen gebracht. Dein Geschenk hat mich zum Lachen gebracht. Your gift made me chuckle. Dein Geschenk hat mich zum Lachen gebracht. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Es gibt keinen Zweifel. Das ist unwichtig. Das ist unwichtig. Das ist unwichtig. Wo kann ich parken? Wo kann ich parken? Wo kann ich parken? Ich gehe immer zu Fuß zur Schule. 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 Blumen blühen. Blumen blühen. Blumen blühen. Ob du's glaubst oder nicht. 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 Das Fleisch ist gefroren. Das Fleisch ist gefroren. The meat is frozen. Das Fleisch ist gefroren. Das ist unmöglich. That's impossible. Das ist unmöglich. Die Nacht war so kalt. Die Nacht war so kalt. Dieser Teppich füllt sich gut an. Dieser Teppich fühlt sich gut an. Dieser Teppich fühlt sich gut an. Dieser Teppich fühlt sich gut an. Ihre Meinung ist vernünftig. Ihre Meinung ist vernünftig. Ihre Meinung ist vernünftig. Ihre Meinung ist vernünftig. Die Nacht war so kalt. 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 Dasозможно schön. Die Nacht war so kalt. Vielen Dank.